Bladerunner in einer wirklich gelungenen Brotdose. Sag ich einfach mal so. Schauen wir mal rein. Am Anfang haben wir dieses Teil. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Eine nette Spielerei. Dann haben wir tausendfach verpackt. In zig Versionen enthalten der Film. Jetzt wird es auch kompliziert. Super. Kann man das nicht so gut erkennen. Ein Brief von Ridley Scott. Zu dem, zu dem, zu dem. Wo ist die Hälfte? Haben wir. Ein paar Kärtchen. Jep. Das war's. Eine Edition, die ihr Geld wert ist. Und natürlich ein Megafilm. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.